Hi Freunde, Mottmann hier. In diesem Video stelle ich dir eine andere Version des Schraubklingenbilds vor. Nein, ich würde sogar sagen, eine verbesserte Version der Version, die ich bereits auf meinem Kanal präsentiert habe. Wie genau das Ganze funktioniert, erfährst du in diesem Video. Wenn dir das Video gefällt, gib einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen, Anregungen oder vielleicht auch einen Verbesserungsvorschlag, dann schreib sie mir doch gerne in die Kommentare und tu mir zwei Gefallen. Erstens, lass doch gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da, damit du kein Video mehr von mir verpasst und mir hilfst zu wachsen. Und zweitens, lass auch gerne ein Follower auf Twitch da, den Link findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. PS, wenn du Leute zum Diablo 4 spielen suchst, komm doch auch gerne auf den Discord, Links in der Beschreibung. Wollen wir nicht lang schnacken und kommen direkt zum Bild. Tatsächlich ist die Skillung sehr, sehr ähnlich zu meinem anderen Schraubklingenbild, aber es gibt doch einige Änderungen, die du auf jeden Fall mitnehmen solltest, damit du alles auf dem Schirm hast und das Beste aus dem Bild rausholen kannst. So, fangen wir mit der Basisfähigkeit an. Einstich kennt ihr, ihr werft mit Modifikation drei Klingen nach vorne, wobei jede 35% Basisschaden verursacht. Und wenn ein Gegner mit mindestens zwei Klingen gleichzeitig getroffen wird, wie zum Beispiel Bosse, wird dieser zwei Sekunden lang verwundbar. Und bei jedem Wurf erhaltet ihr zwei Energie, wenn ein Stich einen Gegner Schaden zufügt, der unter Kontrollverlustdefekten leidet. Ja, wie zum Beispiel Slow, Stun und und und. Ja, das ist unsere Basisfähigkeit. Kommen wir zur Kernfähigkeit. Schraubklingen, die wichtigste Fähigkeit. Spießt einen Gegner mit euren Klingen auf, verursacht so und so viel Schaden und fügt ihm anschließend 8% mehr Schaden zu, solange er aufgespießt ist. Und der Gegner ist 1,5 Sekunden lang aufgespießt. Danach kommen die Klingen quasi zu und zurück und er ist nicht mehr aufgespießt. Und beim Zurückkommen durchschlagen die Schraubklingen den Gegner und verursachen dabei auch eine gewisse Schadensanzahl. Ungefähr doppelt so viel Schaden wie beim ersten Mal. Das Ganze steigert sich mit Kombopunkten und es gibt auch einen größeren Schadensbonus. So, wenn man das Ganze jetzt skillt, haben wir erstmal Schraubklingen verursachen bei der Rückkehr 30% mehr Schaden. Und wenn eure Schraubklingen zurückkehren, werden eure aktiven Abklingzeiten, also wenn ihr einen Skill benutzt habt und der quasi gerade abklingt, wird dieser pro Gegner, den ihr durchschlagt, um 0,1 Sekunde durchtrennt oder verringert, durchtrennt ja, verringert und das Ganze bis maximal 2 Sekunden, wenn es halt dann durch 20 Gegner geht. Sehr, sehr wichtig. Also das auf jeden Fall auch mit Skill. So, dann haben wir noch 3 passiven Fähigkeiten. Einmal C mit einem Punkt. Ihr erhaltet 4% weniger Schadensreduktion im Nahkampf. Ihr erhaltet 4% Schadensreduktion im Nahkampf, beziehungsweise ihr erleidet 4% weniger Schaden im Nahkampf. Und das Wichtige, heilt euch um 3% eures Lebens, wenn ihr Gegner in der Nähe kritisch trefft. Das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen, denn wir wollen in unserem Bild so möglichst viel kritische Trefferrate und kritische Trefferchance haben. Krippen demnach dementsprechend auch relativ oft und können uns so immer ganz gut heilen, beziehungsweise kriegen Leben zurück. Und das nicht nur durch Tränke. Und wir haben den Stotterschritt. Wenn ihr bei Gegnern einen kritischen Treffer erzielt, erhaltet ihr 4 Sekunden lang 5% Bewegungsgeschwindigkeit. Das Ganze stackt sich halt hier mit dem anderen kritischen Effekt. Deswegen nehmen wir hier auch einen Punkt mit, weil wir hier einen Punkt über hatten. Wenn ihr quasi höher levelt, könnt ihr auch gerne 3 Punkte machen. Ich habe gerade nur 56 Punkte zur Verfügung. Wenn ihr 58 habt, könnt ihr gerne 3 Punkte reinmachen. Also die 2 fehlenden Punkte habe ich hier weggenommen. So, dann kommen wir zum Schattenschritt. Werdet unaufhaltsam, bewegt euch schnell durch die Schatten und stecht aus dem Hinterhalt auf ein Opfer ein. Wodurch ihr Schaden verursacht, erhaltet danach 2 Sekunden lang 50% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Dazu haben wir, wenn wir einen Gegner mit Schattenschritt Schaden zu finden, wird eure kritische Trefferrate gegen ihn 3 Sekunden lang um 8% erhöht. Auch das steckt wieder hier mit den beiden Effekten. Wenn wir kritten, kriegen wir Leben oder werden schneller. Und ganz wichtig, Gegner, die durch Schattenschritt Schaden erleiden, sind 2 Sekunden lang betäubt. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich im Gameplay-Video. Aber, eine Mücke, aber wir wollen so viele Gegner wie möglich mit Schattenschritt quasi treffen. Wie soll ich es am besten darstellen? Unser Charakter ist links. Dann nehmen wir den ganz rechten Gegner und springen so über alle Gegner und machen dann einen Schaden. Aber ich zeige euch gleich nochmal, wie das Ganze funktioniert. So, dazu nehmen wir noch die Fähigkeit Preschen. Und hier haben wir tatsächlich keine untere Box geskillt. Theoretisch könnt ihr diese beiden Punkte, wenn ihr die bekommt und nicht benutzen wollt, könnt ihr die auch in Preschen unten reinpacken. Würde ich dann quasi in den ersten Gegner, die durch Preschen Schaden erleiden. Erleinen 5 Sekunden lang 15% mehr kritische Treffer. Schaden durch euch, also mehr Crit-Damage, was ziemlich, ziemlich gut ist. Und, ganz wichtig, hier Preschen verlangsamt getroffene Gegner 3 Sekunden lang um 30%. Bereits verlangsamte Gegner werden stattdessen 2 Sekunden lang benommen. Könnt ihr als zweites mitnehmen, damit ihr quasi Gegner slown könnt. Und wenn Gegner bereits geslown sind, egal ob durch euch oder durch Verbündete, werden diese gestunnt. Und wir wollen ja Stun quasi, damit wir, ja, unsere Fähigkeiten usen. Wie zum Beispiel, wir hätten irgendwas mit Stun, macht mehr Schaden. Haben wir aber auch in den legendären Gegenständen noch, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So, dann haben wir hier 4 passive Effekte. Einmal Waffenbeherrschung. Wir wollen am Ende Schwerte und eine Armbrust anlegen, damit wir a. mehr Schaden machen und b. mehr kritischen Trefferschaden haben. Und das Ganze dann pro Schwert 9, also insgesamt 18 Schaden on top. Und bei der Armbrust halt 15% Crit Damage. So, dann nehmen wir hier 3 mit, nachdem ihr einen Gegner zurückgestoßen habt oder nie geschlagen habt, ist eure kritische Trefferschance gegen diesen Gegner 3 Sekunden lang um 12 erhöht. Kriegen wir auch wieder Crit Rate. Und in unserem Bild werden wir oft Gegner niederschlagen bzw. Stun niederschlagen oder zurückstoßen. Werdet ihr aber gleich sehen. Und wenn ihr einen kritischen Treffer gegen eine benommenen Gegner erzählt, wird er 0,5 Sekunden lang niedergeschlagen. Hier sehen wir schon, wenn wir einen Gegner benommen machen und diesen dann quasi einmal anhitten, wird er niedergeschlagen und das Ganze stackt dann hier, dass wir 3 Sekunden lang kritische Trefferschance erhöht haben. Und die Abklingzeit von Entrinnen wird um 0,5 Sekunden reduziert, wenn ihr einen Gegner benommen macht. Das ist auch sehr, sehr wichtig, damit wir quasi Abklingzeitreduktion auf unseren Entrinnen-Fähigkeiten bekommen. So, gehen wir zum nächsten Bereich. Und im nächsten Bereich haben wir einmal die Giftfalle geskillt. Eine der zwei Fallen, die wir mitnehmen werden. Wir platzieren eine Giftfalle und nach 1,2 Sekunden wird sie scharf. Und das Wichtige, wenn sie hoch geht, schlägt sie Gegner 1,5 Sekunden lang nieder. Brauchen wir natürlich hier auch, damit wir mehr Crit Rate gegen diese haben. Deswegen hier die Giftfalle gerne mitnehmen mit dem ersten Perk. Die anderen beiden brauchen wir nicht, da sparen wir uns lieber den Punkt. Und passive Fähigkeiten. Ihr fügt gesunden und verletzten Gegner 18% mehr Schaden zu. Also, wenn Gegner mehr als 80% Leben haben oder weniger als 35, machen wir 18% mehr Schaden. Steht ja darunter. Und bösartig, ihr fügt verwundbaren Gegner 9% mehr Schaden zu. Wir machen Gegner verwundbar. Ich zeige euch gleich, wie. Nämlich durch legendäre Items. Kommen wir zum nächsten Bereich. Und hier haben wir einmal das tödliche Gift. Ihr verursacht 3% mehr Giftschaden. Stacked natürlich mit unserer Giftfalle. Das Wichtige aber, wir wollen das hier am vergiftete Gegner verursachen 15% weniger Schaden. Wenn wir die Giftfalle legen, werden alle Gegner um uns herum vergiftet und niedergeschlagen. Sie verursachen 15% weniger Schaden, auch Bosse. Und für jeden Gegner, den wir vergiftet haben, erhalten wir 1% mehr Angriffsgeschwindigkeit bis maximal 15%. Heißt, wenn wir schön in einer großen Gruppe diese Giftfalle platzieren, kriegen wir auch noch 15% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Zumindest solange die Gegner vergiftet sind. So, kommen wir weiter zum letzten, zu der ultimativen Fähigkeit. Und im anderen Bild hatten wir den Schattenklon. Den haben wir jetzt weggenommen, dafür haben wir unsere Todesfalle mitgenommen. Und ihr seht, jetzt haben wir zwei Fallen. Wir haben die Gift- und die Todesfalle. Und unser Bild geht eher Richtung Fallen, auch von den passiven Effekten schon. Und auch von den legendären Gegenständen, die wir gleich haben. Platziert eine Falle, die nach 1,25 Sekunden scharf wird, kommen Gegner ihr zu nahe, aktiviert sie sie, explodiert und fügt jedem Gegner im Wirkungsbereich sonst so viel Schaden zu. Gegner werden bei Aktivierung von Todesfalle hingezogen. Heißt, wenn die Falle explodiert, werden Gegner quasi rangezogen, beziehungsweise kurz bevor sie explodiert, werden Gegner rangezogen und stacken sich in einen Bereich, was ziemlich, ziemlich gut für uns ist. Und wenn Todesfalle einen Gegner tötet, wird die Abklingzeit um 10 Sekunden auf 40 Sekunden reduziert. Auch sehr, sehr wichtig. Ihr merkt schon, das Ganze hat sehr, sehr viel Abklingzeit. Deswegen achtet in eurem Bild. Das Wichtigste, ihr habt Crit-Chance. Dann das Wichtigste, ihr habt Crit-Damage. Und als drittes, Abklingzeit solltet ihr auch auf jeden Fall viel dabei haben. Ihr solltet viel Movement-Speed haben, weil ihr relativ schnell unterwegs sein wollt. Und ihr solltet natürlich auch darauf achten, dass ihr möglichst viel Schaden mitnehmt. Aber das sind so die Core-Units, die ihr haben solltet. Zum Beispiel in den Waffen, in den Ringen und auch in den anderen Sachen. Guckt da einfach mal, was möglich ist. Und ich würde euch raten, wenn ihr eh am Umrollen seid, guckt, dass ihr auch die einzelnen Fähigkeiten, wie zum Beispiel hier, die Giftfalle brauchen wir nicht unbedingt, aber sowas wie unsere Schraubklingen durch Gegenstände erhöhen oder auch gerne unseren Einstieg, aber auch gerne Schattenschritt oder Preschen und von mir aus auch die Giftfalle, also was möglich ist, einfach durch die Gegenstände erhöhen. So, dann haben wir noch Passive. Einmal, es besteht eine Chance von 30%, acht Energie zu erhalten bei einem Glückstreffer. Und dann haben wir einmal, wenn Giftfalle oder Todesfalle aktiviert werden, wird eure kritische Trefferchance gegen Gegner, die verwundbar sind oder unter Kontrollverlusteffekte leiden, vier Sekunden lang um zwölf Prozent erhöht, kriegen wir auch wieder Kritchance. Also schon alleine durch die ganzen passiven Fähigkeiten, wenn es wirklich optimal läuft, haben wir um die 40% mehr kritische Trefferrate auf die Gegner, was ultra, ultra hoch ist. Dann das Verwenden einer ultimativen Fähigkeit, in diesem Falle Todesfalle, gibt uns einfach 50 Energie wieder, was auch sehr, sehr nice ist, obwohl wir eh schon viel Energie haben, aber trotzdem, es macht Sinn. Gerade als Opener, wenn wir die Todesfalle quasi aktivieren und Energie sammeln wollen, macht es Sinn, hier die Energie oder die Nachwirkung mitzunehmen. Und wir haben hier einmal Adrenalinrausch. In Bewegung ist eure Energiereneration um 5% erhöht. Und danach, wenn ihr mindestens 50 maximal Energie habt, ist eure Bewegungsgeschwindigkeit um 15% erhöht. Das heißt, wenn wir laufen und wenn unsere Energie weniger als 50% ist, dann bekommen wir 15% Angriffsgeschwindigkeit. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir uns durch den Dungeon bewegen, haben wir meistens viel Energie, sind schneller, wenn wir im Fight sind, haben wir meist wenig Energie, weil wir unsere Energie benutzen und kriegen mehr Angriffstempe. Sehr, sehr gut. Und ganz unten unsere ultimative oder zentrale passive Fähigkeit. Bei dem anderen Bild hatten wir, glaube ich, den Schwung geskillt oder auf engen Raum. Ne, es war, glaube ich, auf engen Raum, dass wir geskillt haben. Da wir jetzt aber zwei Fallen haben, nehmen wir jetzt die Belastung mit. Wenn ihr einen Gegner trefft, wenn ihr einen Gegner, der von einer Fallenfähigkeit betroffen ist, direkten Schaden zufügt, besteht eine Chance von 25%. Die aktiven Abklingzeiten eurer Fallenfähigkeit um 20% zu reduzieren und Blendgranaten zu hinterlassen, die Schaden machen und die Gegner 0,5 Sekunden lang betäuben. Was auch wieder gut ist, wir haben ja ganz, ganz viele Effekte, wodurch wir betäubten Gegnern mehr Schaden machen oder andere Bonis bekommen. Ja, das ist erstmal so zur Skillung, die wir haben. Wie gesagt, die zwei Punkte, die mir noch fehlen, könnt ihr entweder hier in Preschen investieren, was ziemlich viel Sinn macht. Ihr slowt Gegner vielleicht nicht allzu oft, aber ihr könnt von links nach rechts preschen und könnt so auch Gegner stunnen, zum Beispiel Bosse. Oder ihr investiert die zwei Punkte in Stotterschritt, wodurch ihr euch einfach schneller bewegt. Wenn ihr bei Gegnern kritische Treffer erzählt. Ja, das sind so die Skills, die ich quasi mitgenommen habe. Kommen wir nun zu den legendären Items. Und auch hier wollen wir nicht lange rumschnacken und gehen direkt rein. Ich habe die Items schon ausgerüstet und um euch einen kurzen Überblick zu geben, die neuen Items, also im Vergleich zum alten Bild, haben hier keine Sternestufen und die alten Items haben noch die Sternestufen. Wir werden aber alle Items durchgehen für Leute, die quasi neu sind. Ich würde aber sagen, wir fangen mit den alten Items an. Dann können alle, die das alte Bild schon kennen, vielleicht überspringen danach, falls sie die Items schon kennen. So, Basisfähigkeiten verleihen zwei Sekunden lang 20% Schadensreduktion. Macht uns einfach tankiger. Deswegen habe ich das mitgenommen. Dann haben wir auf dem Emulett, wenn ihr Gegner, die unter euren Fallenfähigkeiten leiden, direkt einen Schaden zufügt, besteht eine Chance von bis zu 75%, sie drei Sekunden lang verwundbar zu machen. Wir haben zwei Fallen, die wir immer ganz schön benutzen können, gerade wenn die Abklingzeit nicht da ist, immer schön die Fallen benutzen. Und dann haben wir eine 75%ige Chance, die Gegner verwundbar zu machen. Auch ziemlich, ziemlich nice und nehmen wir mit. Gerade Fallen machen dicken AOE-Schaden und so habt ihr halt eine große Chance, mehrere Gegner verwundbar zu machen, wodurch sie dann 20% mehr Schaden erleiden. Und Fähigkeiten verursachen bis zu 10% mehr Schaden, basierend auf der zur Wirkzeit verfügbaren Primärressource. Diesen Effekt hatten wir davor auf unserer Waffe. Der ist jetzt auf den Ring gerutscht und dafür haben wir auf die Waffe. Der Einsatz einer Wendigkeitsfähigkeit verringert die Abklingzeit eurer nächsten Täuschungsfähigkeiten um 20%. Der Einsatz einer Täuschungsfähigkeit erhöht den Schaden eurer nächsten Wendigkeitsfähigkeit um 25%. Ja, wir haben hier mehrere Fähigkeiten, hier zum Beispiel Wendigkeit, Wendigkeit, Täuschung, die Giftfalle und so stacken die sich hoch. Ihr seht, der Einsatz einer Wendigkeitsfähigkeit verringert die Abklingzeit eurer Täuschungsfähigkeit, Wendigkeit, Schattenschritt und Preschen. Und die Abklingzeit von der Giftfalle wird dann reduziert um 20%. Und wenn wir die Täuschungsfähigkeit quasi aktivieren, die Giftfalle, kriegen die anderen beiden Skills nochmal mehr Schaden on top. Das habe ich mitgenommen als neue Items. Kommen wir zu den alten. Einmal in dem Helm. Wenn ihr einen Gegner trefft, der mit Kontrollverlusten belegt ist, besteht eine Chance von bis zu 30%, dass der Kontrollverlust-Effekt auf einen weiteren nicht betroffenen Gegner überspringt. Heißt, wenn wir irgendwie einen Gestunt haben oder so, dann springt es auf Gegner, die nicht Gestunt sind, über bzw. zu 30%. Kann bis zu 50% hochgehen. Und wir haben ziemlich viele Stunts, zum Beispiel durch die Giftfalle oder auch durch andere Effekte in unserem Bild. Und deswegen haben wir hier auf dem Kopf diesen Effekt. So, dann, wenn ihr einen verwundbaren Gegner direkt einen Chance fügt, besteht eine Chance von 29%, ihn zwei Sekunden lang benommen zu machen. Verwundbar kriegen wir die Gegner ja durch unsere Fallen. Und dann haben wir einfach nochmal 29%ige Chance, dass wenn die Gegner verwundbar sind und nicht mehr gestunt sind, dass wir diese stunnen können. Und wenn diese dann gestunt sind, haben wir hier auch die Möglichkeit von oben, wenn ihr einen Gegner mit Trollverlusten-Effekten belegt, ist eine Chance, dass dieser Kontrollverlust auf andere überspringt. Also das Ganze ist eine ganz nice Kombi. So, als nächstes, ihr haltet 4 Sekunden lang so und so viel Rüstung, das Ganze 100 Mal stackbar. Auch sehr gut, um nochmal tanky zu werden, kriegen wir ordentlich Rüstung dabei. Mein Item ist leider nur auf Level 36, aber ich würde mir wünschen, dass es irgendwann mal hochrollt. Dann kann ich hier ein besseres Item mal wieder benutzen. So, dann zu den Schuhen. Solange ihr unaufhaltbar seid, sowie in den ersten 4 Sekunden nach, erhaltet ihr 10% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Das kann man mitnehmen. Und Schraubklingen umkreisen euch nur für kurze Zeit. Nachdem sie zurückkehren, sind sie und zurückgekehrt sind und verursachen pro Treffer 20% des Rückkehrschadens von Schraubklingen. Je nach zurückgelebtiger Distanz der Klingen bei ihrer Rückkehr, ölt sich der Umpreisungsstand auf bis zu 40% des Rückkehrschadens. Das heißt, wenn die Schraubklingen, also wir stecken ja die Schraubklingen in die Gegner rein für 1,5 Sekunden, dann kriegen sie erstmal 9% mehr Schaden. Danach kommen die Schraubklingen zu uns zurück und machen Gegnern an allen Schaden, an denen sie vorbeifliegen. Und danach drehen sie sich nochmal eine kurze Zeit um uns rum und machen nochmal Gegnern in der Nähe ebenfalls Schaden. Dann haben wir kritische Treffer mit Kernfähigkeiten. Kernfähigkeiten sind die Schraubklingen, erhöhen unsere Angriffsgeschwindigkeit 5 Sekunden lang um 19%, da wir eh sehr, sehr viel auf kritische Treffer gehen. Auf jeden Fall ein Must-Have, am besten sogar um 25%, um einfach schneller anzugreifen. Und stellt einen eurer Primärressen wieder her, wenn ihr einen Gegner mit Kontrollverlust-Effekten belegt. Auch das ziemlich, ziemlich gut, solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Wir stunnen Gegner sehr oft oder haben eine höhere Chance, Gegner zu stunnen, umzuhauen und, und, und. Und immer wenn das passiert, kriegen wir ein Energie zurück. Deswegen nehmt das Ganze mit. Am besten grindet ihr so lange ein bisschen Item habt, was 4 Energie zurückgibt. Das ist nämlich insane. 4 mal so viel wie 1 natürlich. Aber den Effekt könnt ihr euch auf jeden Fall aus einem Dungeon holen. Und dann quasi in einen Ring sockeln, so wie ich es auch gemacht habe. Kommen wir noch kurz zu den Edelsteinen. In den Waffen wollt ihr grüne Edelsteine drin haben, die kritische Treffer gegen verwundbare Gegner erhöhen. Einfach um noch mehr kritische Treffer zu bekommen. Durch das Amulett machen wir Gegner sehr, sehr oft verwundbar. In dem Schmuck wollen wir die Totenköpfe haben, damit wir mehr Rüstung bekommen, was natürlich auch mit der Hose steckt oder dem Effekt der Hose. Und in unseren Items wollen wir Todpasse haben. Gegner, die Schadensreduktion, während ihr unter Kontrollverlustbeeinrichtigung leidet. Das heißt, wenn wir irgendwie eingefroren sind oder so, kriegen wir Schadensreduktion davon und fallen einfach nicht so schnell um. Das ist ein ziemlich großes Problem. Wir sind zwar sehr, sehr mobil, aber wenn wir irgendwie mal gestunt sind, fallen wir doch relativ schnell um. Und die Topasse wirken dem echt entgegen. Guckt, dass ihr wirklich in jedem Itemteil einen Topass macht. Da muss ich auch noch aufholen. Ich habe nämlich kaum meine Items gesockelt. Das Ganze könnt ihr ja beim Juwelenschmied machen. Das ist hier der Juwelauferkarte. Da könnt ihr einfach hinlaufen und alle eure Items sockeln für ein paar Ressourcen. So, kommen wir nun zum Gameplay und wie das Ganze gespielt wird. Ich würde sagen, wir machen das einfach mal in einem Dungeon. Ich bin hier gerade auf Weltstufe 3 T3 unterwegs, bin Level 57. Ich habe bei weitem nicht High-End-Gear. Also, ihr habt ja gesehen, meine ganzen legendären Effekte können wir noch deutlich verbessern. Aber wir kommen hier ohne Probleme durch. So, was machen wir jetzt? Wir laufen hier quasi einfach mal durch die Gegend durch, beziehungsweise durch den Dungeon durch und können immer wieder Gegner angreifen, die wir unterwegs treffen. Unser Hauptziel ist es allerdings, größere Gegnergruppen zusammenzupolen wie hier, unsere Schraubzinklink zu aktivieren und dann über die Gegnermassen durchzuspringen. Ihr seht, wenn ich gestand bin wie hier, fallen meine Lebenspunkte sehr, sehr schnell runter. Da kann ich dann gerne mit den Halltränken ohne Probleme entgegenwirken. Wir haben uns hier den besten Dungeon ausgesucht mit einem Leichentor, wo wir quasi durch müssen. Und das dauert relativ lange, ihr seht es. Aber es fallen auch immer wieder neue Gegner. Wenn wir jetzt größere Gegnergruppen oder Elite-Packs haben, können wir auch gerne unsere Falle legen. Ihr seht, auch Elite-Gegner ohne Probleme kaputt zu machen. Die Gegner fliegen ohne Probleme auf dem Boden, beziehungsweise landen ohne Probleme auf dem Boden. Also so viel Schaden ist da. Wichtig ist, wenn ihr mit den Schraubklingen spielt, guckt, dass ihr immer wieder durch die Gegnergruppen durchspringt. Also wirklich rechtsklickt die Schraubklingen hochstecken. Durch die Gegnergruppen durchspringen, damit ihr möglichst viele Gegner erwischt, wenn die Klingen zu euch zurückkommen. Ich mache das immer wie folgt. Ich gucke, dass ich, wenn ich unterwegs bin... Was ist das auch bei des entstellten Schreins? Achso, das können wir hier draufpacken, ja. Das machen wir direkt auch. Ich gucke immer, wenn ich unterwegs bin, dass ich quasi die Gegner möglichst viel mit der rechten Attacke angreife. Also mit den Schraubklingen. Aber ich habe sogar den Kanalisierungsschrein. Und dann immer, sobald ich kaum bis gar keine Energie habe, mit Preschen oder mit Schattenschrift über die Gegnermassen drüberspringen. Also wie hier einmal drüberspringen und die ganzen Resets mitbringen, ja. Das ist ziemlich, ziemlich wichtig. Wir haben ja mit Schraubklingen den Effekt, dass wir immer, wenn wir 20 Gegner oder für jeden Gegner, den wir quasi mit Schraubklingen treffen, die zurückkommen, 0,1% CD-Reduction bekommen. Und so hier zum Beispiel optimal ein paar Schraubklingen hier reinwerfen. Zack, zack, zack. Und rüberspringen. Einmal die ganzen Schraubklingen, dass sie hier durch die ganze Gegnermasse kommen. Und beim Zurückkommen ordentlich Schaden verursachen und auch ordentlich Resets mitbringen, ja. Ja, und so laufen wir dann quasi einfach hier durch den Dungeon. Selbst gegen Elite-Gegner oder gegen Bosse haben wir gar kein Problem. Das Bild ist auch ohne Probleme auf T4 spielbar. Und so funktioniert das Ganze. Also einfach immer schön die Fallen aktivieren. Gerade die Giftfalle, die hat so wenig Cooldown mit euren Reset-Effekten. Und auch die Schattenfalle könnt ihr einfach mal gerne aktivieren, um ordentlich Schaden an den Gegenden rauszuhauen. Um eure Buffs oder eure Effekte immer schön nach oben zu bringen, damit ihr zum Beispiel mehr kritische Trefferrate bekommt oder mehr Schaden macht. Und ja, so lauft ihr dann einfach durch den Dungeon. Ihr seht, mit dem Bild... Noch ein Kandilisierungsschreien. Mit dem Bild selbst seid ihr sehr, sehr mobil. Also ihr habt ja Preschen und den Schattenschritt und könnt euch so relativ schnell durch den Dungeon durchbewegen. Und mit dem Schraubkling macht ihr echt enorm viel Schaden. Und die Fallen könnt ihr dann auch immer auslegen. Gerade gegen große Gegnergruppen im AOE ist dieses Bild einfach sehr, sehr gut. Aber auch gegen einzelne Bosse, wie zum Beispiel hier diesen Kollegen. Einfach die Fallen hinlegen und dann ordentlich umbörsen. Ihr seht, die machen verdammt viel Schaden auf T3, obwohl wir bei weitem noch nicht Full-Gear haben und auch erst Level 57 sind. Das Ganze ist unfassbar stark. Und bei weitem das beste Bild, was ich auch dem Jäger bisher gesehen habe und auch selber ausprobiert habe. Also das Ganze top. Nochmal das alte Bild mit dem Schattenklon, mit der Falle. Das ist einfach unfassbar, wie viel Schaden wir machen. Unfassbar, wie schnell wir sind. Und auch tatsächlich unfassbar tanky sind wir tatsächlich auch. Klar, mit einem Barbar oder einem Druiden oder so sind wir tankiger. Aber wir können einfach ohne Probleme durchlaufen, aushalten, Schaden machen, Gegner zusammenziehen, weiterlaufen und und und. Also Vorteile. Wir sind mobil, wir machen verdammt viel Schaden. AOE extrem viel gegen Bosse extrem viel. Ja, wir sind nicht so tanky wie ein Barbar oder so. Können aber ordentlich aushalten. Und ich kann es jedem nur empfehlen, das Bild so auszuprobieren. Ja, das war es mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr so war, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Natürlich auch, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge für das Bild habt. Und tu mir zwei Gefallen. Erstens, lass doch gerne ein Abo auf YouTube da, damit du kein Video mehr verpasst und mir hilfst zu wachsen. Und zweitens, lass auch gerne ein Abo auf Twitch da. Link findest du unten in der Beschreibung. Ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wünsche dir eine Menge Spaß in Diablo 4 und beim Ausprobieren dieses Bildes. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao.